Klasse, ich bin sehr krank, also werdet ihr heute einen Vertretungslehrer haben. Ja, ja, hau einfach ab. Okay, wir haben heute neue Regeln. Kein Gequatsche in meinem Unterricht. Keine Handys. Hallo? Keine scharfen Gegenstände. Ernsthaft? Definitiv keine Haustiere. Hä? Schon ein Regelbrecher? Ein Fisch ist ein Haustier, oder? Und was habe ich über Haustiere gesagt? Dein Fisch wird gleich mein Snack. Mh, lecker. Nochmal, keine Haustiere erlaubt. Und das wird dich daran erinnern. Ich behalte euch alle im Auge. Oh mein Gott, alle haben zu viel Angst, um in diesem Unterricht zu sein. Ich will raus aus diesem Unterricht mit dem schlechten Lehrer. Lass dich nicht erwischen, kleine Meerjungfrau, sonst wirst du es nicht mögen. Hey, halt die Klappe! Oh nein, eine Sackgasse! Ich hab dich jetzt, Fischchen! Ich habe einen ziemlich großen Fang gemacht. Du wirst im Unterricht sein, ob es dir gefällt oder nicht. Nein, ich hab Angst! Ich werde dich an deinen Schreibtisch fesseln, damit du nicht fliehen kannst. Das sollte reichen. Mhahaha, Ariel abgehackt. Jetzt führ Pony den kleinen Clown. Was macht sie überhaupt? Ich weiß, wie ich sie fangen kann. Ich stelle hier eine Falle auf. Gute Landung. Ich hab dich sofort gefangen. No! Ken bewundert sich selbst. Du kommst in meinen Unterricht. Nein, lass mich los! Das Nerdmädchen ist beschäftigt mit dem Lernen. Ich weiß genau, wie ich sie anlocken kann. Sie wird einem A-Plus-Test nicht widerstehen können. Wow! Ich hab ein A-Plus! Fast da! Wednesday und Aang sind mittlerweile etwas ziemlich gefährlichem. Erwischt! Wo ist Wednesday? Sie ist im Unterricht. Und da gehst du auch hin. Oh nein! Alle Schüler sind im Klassenzimmer des schlechten Lehrers gefangen. Verbreitet keine Liebe! Lasst uns raus hier! Ding! Komm her! Wofür ist der Schlüssel? Damit werden wir uns befreien. Siehst du? Kinder leicht! Juhu! Wir sind frei! Was? Wo sind meine Schüler? Ich werde euch alle finden! Was ist mit mir? Schnell! Lasst uns in der Turnhalle verstecken! Lasst uns hinter die Kisten verstecken! Sucht euch eure eigene Kiste! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Die Schüler sind in ihren Verstecken! Wo sind sie denn hin? Hm! Wie soll ich? Ich weiß! Zeit das Rad für meine Waffe der Wahl zu drehen! Mal sehen! Welche davon werde ich benutzen, um die Kisten zu zerstören? Dreh, Dreh, Dreh! So viele Optionen! Eine Spritze! Das bedeutet, ich werde den schlechten Arzt herbeirufen! Wow! Eine riesige Spritze! Wo ist mein Kuss? Mache einfach deinen Job! Ich bin so nervös! Oh nein! Ich höre jemanden kommen! Ich denke, ich fange mit dieser Basketballkiste an! Hier geht nichts schief! Buh! Bye! Wer auch immer da drin ist! Schön! Oh nein! Er hat meinen Hut durchstoffen! Er steckt fest! Du kannst deinen Job offensichtlich nicht richtig machen! Also lass mich das erledigen! Ein Hut? Das sieht aus wie Pomneshut! Sie muss sich in dieser Kiste verstecken! Ich hab dich jetzt, Clownmädchen! Oh nein! Heia! Heia! Ich muss dem Nadelstich ausweichen, sonst trifft er mich! Oh nein! Der Ball fängt an, sich zu entleeren! Haha! Das war so schlau! Du kannst dich jetzt nicht mehr vor mir verstecken! Ich hab dich! Ich akzeptiere mein Schicksal! Los geht's! Du benimmst dich besser an deinem Schreibtisch! Ich werde dich mit Handschellen fixieren! Perfekt! Ah! Mhahaha! Pomni ist von meiner Liste gestrichen! Jetzt zu den anderen! Nächste Waffe! Lasst uns das Rad drehen! Schleim! Ich habe einen Eimer voller Schleim! Jemand wird gleich etwas abbekommen! Hm! Ich sollte in diese richtige Stanley-Becherkiste gießen! Oh nein! Sie hat mich entdeckt! Ja! Los geht's! Das ist so viel Schleim! Mhahaha! Sein Gesicht! Ich gebe auf, Herr Lehrer! Ab ins Klassenzimmer! Setz dich hin und bleib da! Oh nein! Nicht das Klassenzimmer! Ich sollte dich fesseln, um sicherzustellen, dass du nicht fließt! Ken ist gefangen! Ich habe noch mehr Schüler zu fangen! Okay! Mal sehen, was als nächstes kommt! Zurück zum Drehen! Die Polizei! Ich sehe, du hast einen Hund mitgebracht, Officer! Schnüffle alles Verdächtige! Ich grille nur mein Würstchen! Ich habe Hunger! Nun, der Hund wird definitiv von diesem leckeren Essen angezogen! Oh nein! Wir müssen den Hund in die Irre führen! Bring die Würstchen woanders hin! Los, los, los! Oh! Ding hat die Würstchen auf den Lehrer gelegt! Der Hund! Guter Trick! Der Hund hat die Würstchen gerochen! Jetzt habe ich die Chance zu fliehen! Ich werde zu einem neuen Versteck wechseln! Geh weg! Ich habe ihn! Was für ein Durcheinander! Wer auch immer hinter dieser Kiste steckt, wird dafür bezahlen! Es ist Zeit, diese Kiste endgültig von meiner Abrissbirne zu zerstören! Hä? Es ist leer? Aber jemand war definitiv hier! Oh, dieses Kind ist schlau! Huh! Ich werde dich das nächste Mal erwäschen! Ich sollte besser drehen! Mal sehen! Muskeln? Das wird aufregend! Schau dir diesen großen Kerl an! Ich will, dass du diese Kiste dort drüben hebst! Beeil dich! Meine Superkraft beschwören! Ich werde Luft blasen, damit er sie nicht heben kann! Warum ist das so schwer? Warum kannst du es nicht heben? Äh! Es ist wohl an der Zeit, meine Fitnessfähigkeiten zu zeigen! Ich werde das erledigen! Du bist zu schwach! Geh einfach weg! Ich kann das alleine schaffen! Oh nein! Ich bin erledigt! Da bist du, Luftjunge! Man könnte sagen, ich bin ein Kraftbändiger! Los geht's zum Unterricht! Nein! Ich will nicht zum Unterricht! Dein Jammern ist nutzlos für mich! Mal sehen, wer sonst noch auf der Liste steht! Aang ist gefangen! Weiter geht's! Wer ist als nächstes auf der Liste? Lass uns drehen! Eine Axt! Das liebe ich! Zeit, dieses Versteckspiel zu zerschlagen! Oh nein! Sie hat uns gefunden! Kommt raus! Kommt raus! Ich weiß, dass ihr da drin seid! Lass mich nicht mit dieser Axt zuschlagen! Gut! Ich hole euch selbst! Hallo! Hab ich euch jetzt? Was sollen wir tun? Dein Pickel! Lass ihn uns als Wasserpistole benutzen! Hey! Das ist ekelhaft! Hör auf damit! Aua! Es ist in meinem Auge! Ich kann nichts sehen! Schau! Lass uns durch die Lüftung fliehen! Gute Idee! Pass auf deinen Kopf auf! Es ist ziemlich eng hier drin! Beeilen wir uns! Ich kann nicht atmen! Wo sind diese Kinder jetzt? Ich kann riechen, wo sie hingegangen sind! Vorwärts! Die Mädchen haben es in die Cafeteria geschafft! Sie kommt! Lass uns hinter der Box verstecken! Ich verstecke mich in der anderen Box! Wo sind die? Dieses ganze Jagen hat mich wirklich durstig gemacht! Wow! Eine riesige Flasche Coca-Cola! Was für ein perfektes Timing! Ich könnte eine ganze Flasche davon trinken! Aber Mittwoch ist da drin! Ich habe einen riesigen Strohhalm für die riesige Cola! Oh nein! Was passiert? Mh! Das ist köstlich! Die leere Flasche wird verraten, wo ich bin! Aha! Da bist du! Ich hab dich jetzt! Lass uns in den Unterricht gehen! Ich habe dich endlich, gruseliges Mädchen! Jetzt! Ich lege mir selbst Handschellen an! Außerdem, das bin ich auf der Liste! Du kannst mich jetzt streichen! Hör auf, mir zu sagen, was ich tun soll! Das ist mein Job, unheimlich zu sein! Ich werde so hungrig! Oh, warte! Ich muss das Rad drehen! Lass uns sehen! Warte! Es ist schon Mittagspause! Das will ich nicht! Lass uns das auf Messer und Gabel umstellen! Damit ich mein Mittagessen essen kann! Mh! Messer und Gabel bereit! Mh! Leckere Pizza! Lass mich ein Stück abschneiden! Oh nein! Sie hat mich gefunden! Eine saftige Pizza, bitte! Oh! Ich bin erledigt! Also hast du dich die ganze Zeit dort versteckt! Lass uns in den Unterricht gehen! Sollen wir? Ich werde dich auch an den Tisch fesseln! Hör auf zu weinen! Es ist nervig! Dein letzter Klassenkamerad! Jetzt haben wir perfekte Anwesenheit! Wir können meinen Unterricht beginnen! Schau an die Tafel! Es gibt neue Regeln, die ihr befolgen müsst! Oder ihr werdet es nicht mögen! Ich stehe kurz vor der Entbindung! Meine Fruchtblase ist geplatzt! Beeil dich und hilf mir! Ich kann nicht! Keine Ohnmachtsanfälle! Wir müssen es auf die harte Tür machen! Ich werde das Baby rauspressen! Da ist sie! Ich werde sie fangen! Ich hab sie! Vergiss nicht die Handschellen! Hier ist deine Mami! Meine Kleine! Du bist so schnell erwachsen geworden! Sieh dir dieses Babyfoto von dir an! Jetzt reicht's aber! Hayley muss in den Unterricht gehen! Okay, viel Spaß im Unterricht! Hör auf die Lehrerin und vergesst nicht eure Pausenbrote zu essen! Mein Baby ist schon so groß! Beeilt euch! Ich mag keine Faulpelze! Willkommen in der Gefängnisklasse! Ruhe bitte! Oh oh! Sie werden einen sehr strengen Lehrer bekommen! Was wirst du tun? Wir werden dir einfach einen schönen kleinen Schlag verpassen! Die arme Hayley! Diese Tyrannen tauchen ihren Kopf in die dreckige Toilette! Was ist denn hier los? Oh oh! Sind wir jetzt in Schwierigkeiten? Ich bin nur hier, um den Kalender zu ändern! Alles gut, Jungs! Na gut! Dann sollten wir den Spaß fortsetzen! Stopp! Mir wird schwindelig! Ich hasse euch, Tyrannen! Ihr werdet eine Kostprobe meiner Rache bekommen! Sie sah aus wie eine Klobürste! Komm her, Hayley! Haha, Hayley ist in Schwierigkeiten! Ha? Von nun an ist Hayley deine neue Lehrerin! Die erste Lektion, die sie dir beibringen wird, ist, wie man eine Toilette putzt! Oh, wie sich das Blatt gewendet hat! Macht weiter, Jungs! Ihr dürft nicht aufhören, bevor ich es sage! Aua, du hast mich geschlagen! Du hast mich zuerst geschlagen! Was für eine süße, süße Rache! Keine Süßigkeiten im Unterricht! Was hast du da im Mund? Spuck es aus! Das ist nur ein Augengummi! Du bist so ein Spielverderber! Der Nächste! Warum ist dein Bauch so groß? Ich fühle mich einfach satt! Ach, wirklich? Das muss ich mit eigenen Augen sehen! Aha! Das sind Bonbons! Du bringst sie nicht mit rein! Lass mich dich auch scannen! Gut, keine Bonbons! Du kannst reingehen! Er weiß nicht, dass ich die Gummibärchen in meinem Bizeps verstecke! Was ist das für ein Geruch? Ich glaube, ich muss kotzen! Hey, ich glaube, du brauchst diese Seife, großer Junge! Oh, ich brauche einen Moment! Oh, ich habe eine Idee! Warte einen Moment! Ich bin gleich wieder da! Ich weiß, dass Snacks drin nicht erlaubt sind, also werde ich einen Skittlesack machen! Zuerst fülle ich die einzelnen Farben zusammen und gebe sie in eine Spritze! Dann stelle ich sie in eine Schüssel mit heißem Wasser, damit sie schmelzen und warte ein bisschen! Und siehe da! Die Skittles haben sich in Flüssigkeit verwandelt! Ich fülle sie in einen anderen Behälter und lasse sie fest werden! Skittles als Seife getarnt! Lassen Sie mich das für Sie machen, Officer! Kann ich jetzt reingehen? Warte mal! Was ist denn das? Oh, das ist nur Seife für Adam! Weißt du noch, wie sehr er stinkt? Er braucht unbedingt ein Bad! Leckeres Gummibärchen! Oh! Du hast recht! Beeil dich und lass ihn ein Bad nehmen! Ja, der Heck hat funktioniert! Hm, so süß! Seit wann dürfen wir Seife essen? Ich sollte ein bisschen nehmen! Hm, lecker! Oh mein Gott! Hast du gerade echte Seife gegessen? Er wurde so satt, dass er anfing, Blasen zu röpsen! Wir sind so ruhig! Gib uns unser Essen! Probiert doch mal diesen Brei! Oh! Ich bin dran! Ich kippe! Das riecht ja eklig! Was ist mit dir, kleines Mädchen? Ups! Da ist mir mein Muttermahl runtergefallen! Bäh! So, mein Muttermahl ist wieder an seinem Platz! Okay, hier ist eine Portion für Adam! So ein hübscher junger Mann! Hehe! Das ist so eklig! Ein leckeres Burger-Essen für den Polizisten! Hä? Können wir bitte auch Burger haben? Bitte! Na gut, na gut! Ich ziehe einfach einen Vorhang auf, damit ihr mich nicht beim Essen seht und nicht eifersüchtig werdet! Wenigstens haben wir einen Apfel! Ist das ein Wurm? Oh oh! Sie haben den Apfel geworfen und erst im Nutella-Glas des Polizisten gelandet! Ekelhaft! Ich will dieses Nutella nicht mehr! Ihr könnt es haben! Juhu! Wir haben einen Nutella-Dip! Wartet mal! Ich habe einen Greifer! Wir klauen dem Polizisten die Skittles, während er schläft! Ich habe die Ware! Zwei Toppings! Perfekt! Ich nehme nur einen Skittel! Ich will ganz viele Skittles draufschütten! Guten Appetit, Leute! Ah! Das war ein ziemlich gutes Nickerchen! Das sind meine Skittles! Ich brauche sie zurück! Hä? Komm her, Schätzchen! Nein, nein! Ich mache dir mehr zu essen! Deine Testergebnisse sind da! Stinker, du bekommst eine 3-! Wow, Hayley hat eine 1-! Eine 6? Natürlich bist du das, Joshua! Amelia kriegt eine 4-! Was? Aber ich habe hart für diesen Test gelernt! Okay, gib mir deine Papiere zurück! Ich muss die noch aufschreiben! Juhu! Ich bin heute so gut gelaunt! Tschüss, tschüss! Ich lege die Papiere auf den Schreibtisch! Wir wollen unsere Noten ändern! Bitte! Lasst mich das machen! Alle zurücktreten! Ha! Igitt! Warum sehe ich Sterne? Schutz ist ein Muss! Ich werde das Tor mit einer Nagelfeile aufsprengen! Schau, ich kann einfach durch den Lüftungsschacht hier drüben gehen! Ich habe die Papiere! Zeit zurückzugehen! Ja! Haben wir es geschafft? Nein! Leute, Leute, Leute! Was? Ich habe die Prüfungsunterlagen! Du bist so schlau! Jetzt können sie alle ihre Noten ändern und es so aussehen lassen, als hätten sie alle eine Eins-Plus bekommen! Es ist egal, welcher Buchstabe es ist, wenn man weiß, wie man es in eine Eins verwandeln kann! Ja! Wir haben alle den Test bestanden! Gut gemacht, Leute! Hooray! Ich habe es zum Unterricht geschafft, Lehrer! Geh auf deinen Platz! Hä? Warum reagieren alle so auf mein Gesicht? Oh je! Schau mal in den Spiegel! Ich werde rotmärktig! Alle zurücktreten! Ich werde die Patientin wiederbeleben müssen! Doktor, ihr Problem ist ihr Gesicht! Oh, ich verstehe! Ich glaube, sie hat Windpocken! Ah! Wir werden ja einen Impfstoff spritzen müssen! Kein Grund, Angst zu haben! Es gibt keine Nadel, es ist nur eine Gesichtsmaske! Sehen Sie? Sie zuckt nicht mal, weil es nicht wehtut! Es ist Zeit, die Gesichtsmaske abzunehmen! Bist du bereit? Ich mache es ganz sanft! Sieh mal, die Windpocken sind weg! Wahnsinn! Ich fühle mich wieder toll! Hurra! Auf geht's, Hailey! Es ist Zeit, mit deiner Prüfung zu beginnen! Lehrer, ich muss mal pinkeln! Hier ist deine Arbeit! Ich werde mich einfach unter dem Tisch verstecken! Du kannst mit dem Test beginnen! Und du bekommst den schwersten Test! Was? Oh nein! Ich weiß! Ich werde die Antworten einfach auf meinem Handy suchen! Hä? Was glaubst du, was du da tust? In meiner Klasse schummeln? Oh nein! Das Telefon ist in einem Gifteimer gelandet! Sind das Handschuhe? Ich werde den Handschuh aufblasen und ihn in einen Ballon verwandeln! Dann werde ich ihn als meine falsche Hand benutzen! Während ich mit meiner echten Hand das Telefon halte und nach den Antworten des Tests suche! Sehen Sie, Herr Lehrer, ich bin fertig! Lass mich sehen! Schön! Du hast eine perfekte Punktzahl! Juhu! Ich habe es geschafft! Abklatschen! Oh oh! Emilias Trick ist aufgeflogen! Meine Hand ist völlig in Ordnung! Alle zuhören! Es scheint, als würde niemand dem Unterricht folgen! Hier ist es wie in einem Kriegsgebiet! Hör auf! Hört ihr das? Da ist etwas am Himmel! Im Anflug! Die Lichter sind ausgegangen! Hilfe! Ich kann nichts sehen! Ich werde noch verrückt! Keine Panik, Leute! Gut, dass ich diese Minilampen mitgebracht habe! Komm drüber und helf mir! Jeder von uns bekommt eine Lampe! Emilia, kannst du mir das Glas geben? Joshua, kannst du mir die Wasserkugeln reichen? Nimm eine Minze und gib sie in das Wasserglas! Als nächstes gibst du die Wasserkugeln hinein! Seht euch die vielen Blasen an! Voila! Das ist eine selbstgemachte Lavalampe! Wow, das ist unglaublich! Die Lichter sind wieder an! Juhu! Alle zurück in die Klasse! Moment, seid ihr nicht zu viert? Wo ist der andere? Was ist das für ein Schüttelding? Ich meine, ich bin super stark! Aber du hast geschrien wie ein Baby! Wow, ich bin überrascht, dass ein so kleines Mädchen eine ganze Flasche Coca-Cola in sich hineinschlucken kann! Huch, ich muss so dringend pinkeln! Bitte, ich muss auf die Toilette! Okay, du darfst gehen! Was ist mit uns? Ihr könnt gehen, wenn wir mit dem Unterricht fertig sind! Ich kann es nicht mehr halten! Oh, ich weiß! Ich werde einfach auf die Pflanzen kacken! Wenn die Natur ruft, geht man zurück zur Natur selbst! Ja, das ist ein ganzer Tagesbedarf an Essen! Genau! Ich bin fast fertig! Das ist ja ein natürlicher Dünger! Hey, ich muss den Pflanzen Dünger hinzufügen! Was ist denn hier los? Nicht nötig, die Pflanzen sind gut! Was ist das für ein Gerät? Du kannst es gegen meine Trainingsklamotten eintauschen! Oh ja, das wird meinen Bizeps stärker machen! Haha! Ich werde mich hinter den Pflanzen verstecken und in diese mobile Toilette pinkeln! Endlich! Was für eine Erleichterung! Oh oh, der Bulle! Ich bin hier, um die Pflanzen zu gießen! Ich habe sie schon gegossen! Schau! Ich bin wieder da! Hier ist dein Schlauch! Danke! Kein Problem! Hier hast du dein Arm-Gadget zurück! Ich kann jetzt wieder diesen Schlauch benutzen! Hä? Ich werde es jetzt drücken! Nein! Oh je! Hier wird es gleich explosiv! Oh je! Das sieht aus, als hätte jemand ein Schleimbad genommen! Das ist Molly, die sich erkältet hat! Oh! Ich hole den Schleim für dich! Ich gehörte! Keine Sorge! Ich habe Hustensaft dabei! Den mag ich nicht! Ich will stattdessen das hier! So! Das was? Zeit für einen Snack! Ich kann es kaum erwarten, diese Bonbon Sprays auszuprobieren! Ich geh so sauer! Aber so gut! Hä? Es ist leer! Dann auf Wiedersehen! Ein Bonbon Spray? Klingt für mich nach meinem Schatz! Jackpot! Es ist leer! Warte! Ich habe eine bessere Idee! Du willst Bonbon Spray, richtig? Ja! Dann mach zuerst deine Augen zu! Okay! Ich werde die Bonbons mit dem Hustensaft vertauschen! Jetzt geht's los! Lecker! Das war lecker! Und ich bin mir sicher, dass es dir bald besser gehen wird! Mein Lutscher könnte ein paar Zerstrom-Tröse vertragen! Ich liebe Toilettenbonbons! Ich kann es nicht warten, einen Pissen zu nehmen! Oh nein! Mollys Zahn ist lose! Was ist passiert? Dein armer Zahn! Wir müssen ihn sofort herausziehen! Oh nein! Was soll ich tun? Aha! Schnur! Wir machen das auf die altmodische Art! Ich wickle die Schnur um deinen Zahn und binde das andere Ende an die Gefängnisstange! Bist du bereit? Eins, zwei, drei... Herr Polizist! Hilfe! Piu, piu, piu! Huh? Klingt wie ein Notruf! Als der Kopf das Tor aufreißt, wird Mollys Zahn rausgezogen! Aber sie mitzuziehen war nicht Teil des Plans! Mein Zahn ist noch da! Was für ein Riesenfehler! Eine Nerfgun? Ich weiß, was zu tun ist! Bitte! Schieß mich nicht! Nerfguns sind viel schneller! Also werde ich stattdessen das andere Ende des Schnur um eine Kugel wickeln! Bist du bereit? Schieß! Es hat geklappt! Mein loser Zahn ist weg! Kann ich sehen? Gut gemacht! Du warst so tapfer, mein Schatz! Zum Glück ging die Kugel direkt an die Wand! Jetzt lass uns die Zahnfee anrufen! Ist der Fisch überhaupt gekocht? Ich kann die nicht essen! Mama, mein Zäh tut weh! Warum? Was ist denn los? Lass mich mal nachsehen! Oh je! Ihr Schuh muss zu eng gewesen sein! Diese armen, geschwollenen Zähnen! Oh nein! Ich werde darauf pusten, damit sie sich besser fühlt! Huh? Ist das ein Clown? Hallo Mister! Kann ich diese Ballons haben? Meine arme Tochter ist traurig und ich möchte sie glücklich machen! Wir können nicht zulassen, dass sie traurig ist! Ich werde hier ein paar Tricks zeigen! Ein Webballon sollte sie zum Lächeln bringen! Genug Tricks! Geh in deine Zelle! Was will Mama mit den Ballons machen? Ich werde das Ende des Ballons abschneiden und ihn um Mollys Zäh wickeln! Jeder Zäh bekommt einen Ballon! Das wirkt wie ein sofortiger Schutz! Jetzt zieh deine Schuhe wieder an! Bequem, oder? Es ist das, was wir auf Wolken gehen! Juhu! Nun, sie wird die ganze Nacht herumlaufen! Komm näher! Ärmel hoch! Au! Das tut weh! Nöste! Nöste! Wer ist die Nächste? Bist du das kleines Mädchen? Komm mal her! Ich habe Angst! Oh nein! Seine Spritze sieht aus wie eine Monster-Nadel! Bist du bereit? Nein! Es wird sich anfühlen wie der Biss seiner Ameise! Was ist los? Ich hase Lauren! Das ist schlecht! Wie kann ich sie davon überzeugen, sich impfen zu lassen? Haar? Schmetterlingshaarnadel? Ich hab's! Ich steck sie auf die Nadel, dann ist sie nicht so beängstigend! Walsch! Bitte, häng es auf mir! Es hat geklappt! Die Impfung ist abgeschlossen! Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Jetzt bist du dran, Herr Polizist! Ich? Äh, nein! Siehst du, du bist mutiger als ein Polizist! Holzsplitter auf einer Bank? Pass auf! Ja, Mama, hilf mir! Hör auf zu rennen! Zeig mir, was los ist! Oh je, der Splitter! Arzt! Arzt! Helfen Sie uns! Meine Tochter ist verletzt! Wie kann ich helfen? Meine Tochter hat einen Splitter! Ich hasse Ärzte! Splitter, ja? Dafür könnten wir die hier gebrauchen! Ich komm jetzt rein! Kannst du mir zeigen, wo der Splitter ist? Nein, das ist so gruselig! Nein, das ist nicht gut! Oh, was ist mit der Spritze, die du hast, Doc? Was hat Mama vor? Dreh dich um, ich werd den Splitter für dich herausziehen! Du wirst nicht einmal etwas spüren, wenn diese Spritze den Splitter herauszieht! Fast geschafft! Er ist weg! Der große böse Splitter wird ihm nicht mehr wehtun! Es hat mich immer wehgetan! Na schön, meine Arbeit hier ist getan! Ich hab dich, mein Schatz! Wow, Molly hat einen Burger aus Spielknete gemacht! Das sieht lecker aus! Es ist Zeit für einen Geschmackstest! Nein, stopp! Nein, stopp! Haia! Du kannst Spielknete nicht essen! Keine Burger mehr! Du hast sie ruiniert! Wie kattest du nur? Jetzt fühl ich mich schlecht! Ich lass mir was einfallen! Ah, lass uns eine essbare Spielknete machen! Ich bin hungrig! Huh? Ist das Pizzateig? Kann ich den wirklich essen? Ja! Er schmeckt fantastisch! Du hast ja auch ein bisschen verdient, Mama! Danke, Schatz! Es ist sehr lecker! Ups! Ich bin noch nicht fertig mit meinem Geschäft! Ah, konzentrier dich! Achtung, die Erdbeeren sind draußen! Wow, was für eine Erleichterung! Zeitungspapier? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll! Du bist so witzig! Riechst du das? Das bin ich nicht! Mama, hier drüben! Es riecht auf einen Eiern! Ich kann! Oh mein! Hey, kommt der Geruch von dir? Lass mich nachsehen! Ekelhaft! Hast du einen Hintern nicht sauber gemacht? Geh zurück! Oh je, du hast hier wirklich eine Bombe platzen lassen! Ich weiß nicht, wie man aufräumt! Ich kann bei diesem Gespannten nicht denken! Warte mal, der Polizist ist bewusstlos und die Ballons dort drüben! Das ist meine Chance! Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Party! Also, was hat Mama mit den Ballons vor? Ich werde dir beibringen, wie du deinen Hintern reinigen kannst! Wir nehmen Nutella als Beispiel und schmieren es zwischen die Po-Backen der Luftballons! Siehst du das? Um es wieder sauber zu machen, wischst du es mit Toilettenpapier ab! Wenn du fertig bist, faltest du es schön zusammen und wirfst es weg! Jetzt versuchst du es! Okay, lass es mich versuchen! Wisch es so ab! Ich hab's geschafft! Gut gemacht! Keine stinkenden Unfälle mehr, okay? Wow, seht ihr diese lange Reihe von Kirschen an? Das sind meine Lieblingskirschen! Ich werde sie alle aufessen! Mich kann nichts aufhalten! Oh je! Erstickungsalarm! Molly, komm her! Oh nein! Komm her! Spuck sie aus! Ausspucken! Und schon sind die Kirschen los! Was sind das Schüsse? Es regnet Kugeln! Versteckt euch! Es ist vorbei! Mir geht's gut! Atme einfach tief durch! Was soll ich tun? Schau! Eine Coca-Cola-Flasche! Ich lege eine Kirsche auf den Rand und schiebe dann ein Strohhalm hinein, um den Kirschkern herauszudrücken! Einer fertig und noch ein paar weitere! Weißt du nicht, dass ich daran ein paar Experte bin? Ich könnte das mit geschlossenen Augen machen! Wow! Danke, Mama! Lass uns raus! Klappe! Und bleib, wo du bist! Pass auf! Au! Wie kannst du es wagen, meiner Tochter wehzutun? Oh Mist, das ist ein Notfall! Ich rufe den Arzt! Da ist er ja! Kommen Sie rein, Doug! Sieht so aus, als ob jemand in Schwierigkeiten geraten ist, was? Keine Sorgen! Dieses Röntgenred wird uns sagen, was mit deiner Hand los ist! Oh oh! Dein Handgelenk ist gebrochen! Gebrochen? Oh nein! Meine arme Tochter, was können wir tun? Ich fürchte, wir müssen einen Gips anlegen! Ein Hammer und Meißel? Hau mich nicht! Das wird schnell gehen! Siehst du? Alles erledigt! Das ist so unangenehm! Vielen Dank, Doc! Sie muss nur eine Zeit lang tragen, oder? Ich bin dieses Ding ab! Nein, Molly, du wirst dir nur wehtun! Wie kann ich mit deinem Gips spielen? Lass mich nachdenken! Thanos' Unendlichkeitshandschuh? Ich weiß was! Ich werde dein Gips in einen Unendlichkeitshandschuh verwandeln! Wow, ich hab die Schnipskraft! Ich will, dass der Arzt verschwindet! Nein! Was hast du getan? Ich hab nur Kuslias zu verschwinden lassen! Ich muss mein Gesicht waschen! Heilige Peperoni! Mama! Was ist denn los? Molly, lass mich mal sehen! Pickel? Okay, hör zu! Ich werde sie einen nach dem anderen aufplatzen lassen! Halt den Atem an! Geh in Deckung! Was ist denn das für eine Schweinerei? Du, was machst du da? Ups, das tut mir leid! Oh, ich weiß, was dich retten wird! Ein Pumpgerät! Drücke es einfach auf den Pickel und fang an, den Eiter herauszupumpen! Igitt! Ich werde eine Zeit lang kein Käse mehr essen! Meine Stirn ist so glatt! Schlau, nicht wahr? Die glückste Mama der Welt! Du wirst nie erraten, wo Molly ihre Essensvorräte versteckt! In der Toilette! Das ist mein Pikachu-Burger! Danach hab ich ihn schon so lange gesehen! Mh, lecker! Diese Karotte ist so knackig! Molly, was isst du da? Das ist mein Pikachu-Burger! Noch mehr Junkfood? Das reicht jetzt, junge Dame! Von jetzt an isst du mehr Gemüse! Toll, der Doktor ist da! Komm mit mir! Doktor, können Sie meinem Kind beibringen, wie man sich gesund ernährt? Sie isst weiterhin Junkfood! Ein Pikachu-Bild? Was hat der Doktor vor? Sieh dir dieses Pikachu an! Es ist krank! Willst du wissen, warum? Wir werden ihn aufschneiden, um es herauszufinden! Ein Schnitt am Bauch! Es kommt so viel giftige Flüssigkeit heraus! Das ist eglisch! Das kommt alles von dem Junkfood! Lass uns das Abwischen bewahren mit der Extraktion weitermachen! Mal sehen! Pizza! Pommes! Burger! Und noch dazu ein großer! Wie hat er es überhaupt reingepasst? Ich ersetze es durch Brokkoli! Wasser! Und einen Apfel! Ein Pflaster für die Wunde! Und Pikachu ist wieder gesund und stark! Hast du das alles gesehen? Jetzt ist dein Gemüse! Das ist so ruselig! Mama, gib mir die Karotte! Ich muss gesund und stark sein! Gut gemacht, Supergirl! Behalt dich! Geh rein! Halt! Nur das Mädchen bleibt in dieser Zelle! Er ist der Böse-Kopf! Er ist der Böse-Kopf! Eltern sind hier nicht erlaubt! Bitte verhaften Sie meine Tochter nicht! Das arme Mädchen wird ganz allein in ihrer Zelle sein! Diese Zelle ist so ruselig! Alles ist so schmutzig! Ich habe solche Angst! Donuts? Wow! Du siehst aus wie meine Mama! Ist das eine Maske? Hallo, Du! Sie ist der gute Kopf! Das ist so lecker! Okay, hier ist ein gesundes Mittagessen! Du sollst den Apfel essen! Was ist denn los? Mein Zahn ist los! Oh nein! Warte, ich zieh ihn einfach raus! Komm schon, hab keine Angst! Das gibt's doch nicht! Aha, dann sehen wir sie damit heraus! Haha, das wird einfach sein! Hau, nein! 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 Bleib ruhig! Lass das! Geh weg von ihr! Geh einfach und lass mich das regeln! Puh! Was sollen wir mit deinem Zahn machen? Ich werde versuchen, ihn vorsichtig herauszuziehen! Nein, das wird weh tun! Wie kann ich ihr den Zahn schnell herausziehen? Oh, ich weiß schon! Ein Pfeil und Bögel! Ich wickele das eine Ende der Sehne um den Pfeil! Dann wickele ich das andere Ende um deinen losen Zahn! Nichts ist schneller als ein fliegender Pfeil! Du musst nur darauf achten, dass die Schnur fest um deinen Zahn gewickelt ist! Das sollte genügen! Bist du bereit? Hooray! Schieß! Es hat geklappt! Der Zahn ist herausgefallen! Ich will diesen Ungezieferbrei nicht essen! Ich bin durstig! Ich könnte etwas Leitungswasser gebrauchen! Das sieht mir näher nach Sojasauce aus! Das Wasser ist schmutzig! Es gibt nichts besseres als gutes alte Sushi! Kann ich besseres Essen und sauberes Wasser haben? Aber ich bin hungrig! Gut! Gib mir deinen Brei und dein Getränk! Ich werde den Brei zu einem Sushi-Ball rollen! Barbies Beine als Essstäbchen! Und schon ist dein Essen fertig! Du hast sogar deine Sojasauce! Tauche sie ein! Es ist auf! Ich will es nicht! Ihr geht! Ich sagte es! Nein! Verschwinde kein Essen! Nein! Hey! Willst du ihr das zu essen geben? Gib das her! Ich sagte gib her! Ein Chefkoch muss sein eigenes Essen probieren! Du bist ein Polizist, kein Koch! Das Wasser ist so dreckig! Was soll ich tun? Ich weiß! Es ist Zeit, etwas zu basteln! Ich decke den oberen Teil einer Wasserflasche mit einem Taschentuch ab und befestige ihn mit einem Gummiband. Drehe sie auf den Kopf und stelle sie in eine Vase. Sammle eine Handvoll blauen Sand und gebe ihn in die Flasche. Dann füge ich ein paar Steine hinzu. Und farbigen Kies! So, das sieht perfekt aus! Zum Schluss füge ich das schmutzige Wasser hinzu. Das ist ein sofortiger Wasserreiniger! Jetzt heißt es abwarten! Mal sehen, ob es funktioniert hat. Schau, das Wasser ist kristallklar! Man kann das Wasser jetzt bedenkenlos trinken! Wahnsinn! Prost! Netter Trick! Ich liebe Lutsche! Da ist ein Lutsch! Da ist ein Lutsch! Igitt, der Lutscher ist in Kacke getaucht! Was ist denn los? Auf einem Lollis Kacke! Ekelhaft! Möchtest du einen haarigen Lolli? Was? Nimm die Hände hoch! Nicht schießen! Nimm den Lutscher von dem Kind weg! Er ist weg! Oh nein! Willst du wirklich den bösen Polizisten erschießen? Ja! Bitte schießt, ich hab Kinder! Es ist nur eine Lollipop-Pistole! Hab ich dich! Ich hab dich reingelegt! Was? Ich hau hier ab! Wir haben ihn gut erwischt! Gefällt dir deine neue Lollipop-Pistole? Ja! Sie macht so viel Spaß! Oh nein! Ich hab sie fallen lassen! Aber schau mal, die Waffe hat meinen Lolli geschützt! Peng! 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 Oh, du hast mich auch erwischt! Oh nein! Das arme Mädchen ist krank! Ups! Der Rotz geht ganz schön ab! Igitt! Er ist voller Keime! Handschuhe? Klar! Husten auf den Schutzbrille? Check! Schutz komplett! Ich muss mich beeilen! Igitt! Da tust du mich nicht an! Du musst die Medizin trinken! Ich will keine Medizin! So ist es aber! Dann werde ich die Medizin in eine Spritze geben! Diese Nadel wird mehr wehtun! Haha! Nein! Das ist so unheimlich! Hör auf! Oh mein Gott! Hör auf damit! Ich hab eine bessere Idee! Saures Töpfchen! Ich werde die Bonbons durch Hustensaft ersetzen! Und ich füge Streusel hinzu, damit es mehr Spaß macht! Schau! Du kannst dein Lolli in die Erdbeerbonbons tunken! Versuch's mal! Mh, das ist so lecker! Yay! Ja, ich wusste, dass dieser Trick funktionieren würde! Ich bin so hungrig! Wow! Das sind ganz schön viele Pilze! Die werde ich auf jeden Fall essen! Ich bin mir nicht sicher, ob diese Pilze sicher sind! Und ein Kaktus? Ich will den Kaktus auch essen! Oh oh! Ist den nicht! Oh! Da ist ein Stachel in meiner Zunge! Hilfe! Wo ist der Verbrecher? Was? Meine Zunge! Halt dich fest! Ich werde ihn mit deiner Zunge rausnehmen! Nein! Was ist das? Bring das nicht in die Nähe eines Kindes! Geh einfach los! Du armes Ding! Das muss wehtun! Keine Sorge, ich habe eine Erste-Hilfe-Kasten dabei! Die Pumpe! Damit kann ich den Stachel herauspumpen! Es hat gar nicht wehgetan! Ich bin froh, dass es funktioniert hat! Ich habe solche Angst! Licht aus! Geh jetzt schlafen! Ich hasse die Dunkelheit! Ich weiß nicht, ob ich einschlafen kann! Was ist das für ein Geräusch? Weiß sie denn nicht, dass sie den Fuß nicht aus dem Bett hängen darf? Sonst kommt das Monster! Da ist es! Oh nein! Er kommt, um das Mädchen zu holen! Hilf mir! Da ist ein Monster! Wow! Was war das für ein Geräusch? Au! Was ist denn mit dir los? Da ist ein Monster in meinem Bett! Monster? So etwas wie ein Monster gibt es doch gar nicht! Okay, warte mal kurz! Ich habe dir etwas Gesellschaft mitgebracht! Komm mal her! Ey, was los, kleines Mädchen? Was? Dieser Gefangene sieht aus wie ein Gangster! Ich werde dir ein paar gruselige Geschichten vorlesen! Oh yeah! Ich erzähle dir eine Geschichte über einen Riesenmonster! Du machst mir Angst! Das Monster ist zurück und es hat einen Freund mitgebracht! Monster! Ich habe solche Angst! Ich auch! Der Gefangene ist wohl doch nicht so hart! Was ist denn hier los? Warum schreit ihr denn so? Da ist ein Monster unterm Bett! Wie werden wir die Monster los? Ah, ich weiß! Ich nehme das Glas, denke ich! Zuerst werde ich Backpulver in das Glas schütten! Dann füge ich Pflanzenöl hinzu und fülle es fast bis zum Rand! Jetzt schütte etwas Essig in eine andere Schüssel und füge grüne Lebensmittelfarbe hinzu! Mischen, mischen, mischen! Jetzt gieß es in das Glas! Es sieht aus wie Lava, oder? Noch besser ist es, wenn du das Glas auf eine Lampe stellst! Dann ist es eine Lava-Lampe! Wow, das ist eine Lava-Lampe! Seht ihr diese Gefahr, Mann? Ich laube sie! Es hat geklappt! Psst, das Mädchen schläft schon! Was machst du noch hier? Geh zurück in deine Zelle! Komm schon! Barbie, lass uns los! Oh nein, sie ist gefallen! Piep, piep! Stopp! Scooter kommt durch! Du hast mit der Barbie den Kopf abgeschlagen! Was war das denn? Warum weint das Mädchen? Was ist los? Du hast mit der Barbie-Puppe den Kopf abgerissen! Hör auf zu weinen! Ich werde das reparieren! Sieh mal, du hast eine andere Puppe hier! Ich nehme einfach den Kopf dieser Puppe ab und gebe Barbie einen neuen Körper! Perfekt! Das sieht so gruselig aus! Was hast du diesmal gemacht? Sie mag ihre neue Barbie nicht! Gruselig? Wir brauchen einen neuen Plan! Pikachu! Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht! Tut mir leid, Barbie, wir müssen dir die Haare abschneiden! Ich muss dir alle Haare abschneiden! Jetzt, wo sie eine Glatze hat, wird es einfacher sein, den Play-Doh, um ihren Kopf zu wickeln! Es scheint, als würde sich die Barbie in etwas anderes verwandeln! Als nächstes gibst du dem Körper eine gelbe Farbdusche! Poliere ihn dann mit einem Pinsel! Gib ihm bezaubernde Augen! Eine Nase! Ein fröhliches Lächeln und errötende Wangen! Ich wette, du kennst ihn inzwischen mit seinem blitzenden Schwanz und den spitzen Ohren! Es ist Pikachu! Wow, es ist Pikachu, mein neuer Freund! Puh, gut gerettet! Ich muss los, ich muss kacken! Konzentrier dich! Oh, die Kacke ist draußen! Oh nein, die Spülung ist kaputt! Alarmstufe Rot! Die Toilette ist verstopft! Wir können nicht zulassen, dass die Kacke diesen Raum überflutet! Was ist denn los? Wow, was hast du getan? Können wir nicht einfach den Deckel schließen? Wir müssen ihn zukleben! Ne, nutzlos! Was ist denn hier los? Siehst du selbst an! Ach du meine Güte, verschwinde hier! Ich mach das schon! Was ist zu tun? Au, lass uns den Tank überprüfen! Wie vermutet er ist schmutzig und voller Müll? Gut, dass ich eine Toilettenbombe habe! Wirf sie einfach hinein und sieh zu, wie sie den Wassertank reinigt! Vergiss nicht zu spülen! Bye, bye, glitzernde Riesenkacke! Niemand will dich hier haben! Ich glaube nicht, dass die Kacke in das Rohr passt! Da muss ich für meine bloßen Hände benutzen! Ekelhaft! Jetzt kommt der Reinigungsschaum! Sprühe ihn in der Mitte gut ein und gib dann ein paar geheimnisvolle Kapseln hinzu! Geheimnisvolle Kapseln? Was kommt als nächstes? Nun müssen wir natürlich noch etwas Seife einfüllen! Warum versuchst du es nicht? Das macht Spaß! Zucker, Gewürze und alles Schöne! So viel Blasen! Prost! Okay, jetzt ist es in der Zeit, alles zusammen zu mischen! Schau! Die geheimnisvollen Kapseln sind geschlüpft! Lass sie uns ausspenden und herausfinden, was sie sind! Teddybär Squishies! Ich werde mich um sie kümmern! Kein Wunder, dass es so schwer ist, den richtigen Schlüssel zu finden! Wow, ich will all diese Squishies! So, es ist Zeit für das Mittagessen! Haferbrei mit ungeziefer Belag! Aber ich will das nicht essen! Hey! Pass auf! Ihre Finger sind zerquetscht! Oh Mist, lass mich mal sehen! Oh nein, das sieht schlimm aus! Wir decken es mit einem Boxhandschuh ab! So ist es gut, Champion! Was ist denn hier los? Sie trainiert, um Boxerin zu werden! Das gibt's doch nicht! Lass mich mal sehen! Oh nein, du bist verletzt! Was hast du getan? Es tut mir leid, es war das Tor! Squishies, sie sind weich! Der gute Kopf führt etwas im Schilde! Ich klebe die Squishies an die Gitterstäbe des Gefängnisses und eins über das Schloss! Das ist so matschig! Noch eins hier! So, die Squishies halten das Tor davon ab, sich ganz zu schließen! So viele Squishies! Das ist gegen die Regeln! Wir müssen das Tor abschließen! Du redest zu viel! Vielleicht brauchst du nur einen matschigen Snack! Sieht so aus, als ob die Reiche von mir auch den speziellen ungeziefer Brei! Hey, Gerd! Butler! Butler! Geh und hol uns was Leckeres zu essen! Zeig mir das! Geld! Alles klar, kein Problem! Was hat der Polizist vor? Es sieht so aus, als würde er ein Loch in die Wand machen! Ein McDonalds-Logo? Das ist ein Drive-Thru! Zwei Happy Meals, umsofort! Danke, Herr Polizist! Guten Appetit! Ihr eigener McDonalds im Gefängnis! Was kann man sich mehr wünschen? Sie haben sogar eine eigene Putzkraft! Aber eine ungeschickte! Was ist los? Die Mahlzeit des Tages der Abendfamilie ist brei mit ungeziefer! Ich nehme den ersten Bissen! Es ist, ähm, gut! Probier's! Ich geh dich erst keine Spinnen! Ich will das, was der Polizist hat! Hä? Sushi? Toll! Ich denke, ich kann etwas mit dem Haferbrei anfangen! Was hat Mama vor? Ein Breibällchen! Jetzt räuche ich ein Stück Zeitung zusammen und verwandle es in Stäbchen! Das schmutzige Leitungsfassel sieht sowieso wie Sojasauce aus! Itadakimasu! Mal sehen, ob dieses Haferbrei-Sushi gut schmecken wird! Irgendwas daran schmeckt unglaublich! Das muss der Rost vom Leitungswasser sein! Barbies Haare sind sowieso zu lang! Mir ist langweilig! Ich werde mich etwas anderes zu passieren finden! Wie wäre es mit Butlers Haaren? Ziele erfasst! Haare? Ist das mein Haar? Oh, was war das für ein Geräusch? Meine Haare wurden auch abgeschnitten! Nein! Gib das her! Du spielst nicht mit einem Rasierer! Butler! Geh, besorg dir ein neues Spielzeug! Ähm, ich schau mal, was ich finden kann! Butler! Dieser Junge braucht einen neuen Haarschnitt! Das ist ja Haar aus Knete! Verwechsel es nur nicht mit Spaghetti! Bei diesem Schnüppelspiel gibt es keine Grenzen! Ich schau mal ein eigenes Alon ausmachen! Charlotte fühlt sich heute ziemlich stylisch! Aber sie würde lieber jemand anderem die Haare schneiden! Oh je, das Ziel ist ja fast! Sie hält sich bei diesen dicken Strähnen nicht zurück! Hä? Etwas sticht mich! Eine Schere? Haare? Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Ah! Wolle? Mama hat zwar eine Idee! Schneide aus einem Stück Pappe einen Kopf aus und füge dann ein Gesicht hinzu, um einen Puppenkopf zu machen! Mama sticht mit einer Nähnadel ein paar Löcher vor in die Kopfhaut der Puppe! Dann näht sie das Garn in die Löcher und bindet es zu einem Knoten zusammen! Genau so! Sieht gut aus! Diese Puppe braucht eine neue Frisur! Warum gibt's dir nicht eine Süße? Ich liebe es! Ich werde dir eine neue Frisur verpassen! Was Mamas Pony angeht, vielleicht gefällt er ihr irgendwann! Es ist Zeit für das Mittagessen! 10, 20... 10, 20... Das tut weh! Meine Tochter ist verletzt! Oh Mist! Ihre Knöchel sind geschwollen! Mein armes Mädchen! Bring das in Ordnung! Ich weiß! Ich habe eine Sicherheitsvorkehrung! Sie wird verhindern, dass sich das Tor ganz schließt und alle Finger sind sicher! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Das war ziemlich gut gezielt! Ich weiß! Ich weiß! Meine Güte! Du klüßt ja! Du musst ein Halsspray nehmen! Mach auf! Ich will aber nicht! Lass mal sehen! Aha! Ein Bonbonspray! Ist es schon leer? Wer es findet, den gehört es! Bonbonspray und Halsspray? Ich weiß, was zu tun ist! Ich habe Bonbonspray für dich! Machst du erst deine Augen zu? Jetzt tausche ich es gegen das Halsspray aus! Das Bonbonspray ist doch lecker, oder? Oh je! Elli hat so viele Pickel! Ekelhaft! Ich glaube, wir müssen sie ausdrücken! Los geht's! Au! Oh je! Was machen wir jetzt? Richtig! Ich muss einen Anruf tätigen! Wen ruft Mama an? Das ging aber schnell! Ich habe ein Pumpkettchen dabei! Damit kannst du deinen ganzen Pickel abpumpen! Oh je! Das ist nichts für schwache Nerven! Es kommt so viel Pickel-Eiter heraus! Und so weißt du, dass es funktioniert hat! Ja, mein Gesicht ist so glatt! Gott sei Dank! Ich muss los! Ich nenne es sich Andock! Charlotte kann es einfach nicht lassen, ihre Pickel aufzudrücken! Mamas Brei hat jetzt einen besonderen Geschmack! Ekelig! Hör auf, deine Pickel auszudrücken! Was wird Mama jetzt tun? Luftpulzerfolie und Brei! Ich weiß was! Spritze den Brei in die Blasen und bemale jede Blase so, dass sie wie ein Pickel aussieht! Ta-da! DIY-Pickel-Papa! Wahnsinn! Das ist auf jeden Fall viel besser, als sich die Pickel selbst auszudrücken! Das ist ein befriedigendes Poppen! Sie kann gar nicht anders, als noch mehr zu machen! Wahrscheinlich kannst du später einfach von den Fingern lecken! Igitt! Oh, das war ganz schön viel! Schokolade zu essen macht Spaß! Bis deine Zähne ganz dreckig sind! Oh, seht ihr deine dreckigen Zähne an? Geht ihr die Zähne putzen, Liebes? Nein, ich hab keine Lust dazu! Keine Zahnpasta mehr! Oh je, sieht aus, als bräuchten wir einen anderen Weg, um Ellie zu überzeugen! Butler! Ja, Mom! Geld? Ah! Da drüben ist ein Münzschlitz! Das hat mich auf eine Idee gebracht! Ist das Shrek's Hintern? Wir können Shrek als Zahnpasta-Kabel benutzen! Shrek hat einen Fall von Pfefferminz-Durchfall! Wahnsinn, das ist so cool! So macht Zähneputzen auch Spaß! Ich muss pipi! Oh, warte! Setz sie nicht auf die Toilette! Sie könnte schmutzig sein! Lass uns mit der Lupe nach Keimen suchen! Sieh dir das an! Igitt! Butler! Ich muss die Toilette putzen, kein Problem! Bist du sicher, dass du das schaffst? Ich werde es dir selbst mit des Rickshausspray abwischen! Perfekt! Jetzt füge ich eine Toilettenbombe hinzu, um ein wenig Schaum zu erzeugen! Und abspülen! Dann füge ich noch ein paar Blumengelz hinzu, damit die Toilette besser riecht! Das könnte auch eine schöne Dekoration sein! Tada! Es ist zwar schöner, aber Ellie wird langsam ungeduldig! Ich bin fast fertig! Ich schwöre es! Ich muss nur noch einen Toilettensitzwärmer hinzufügen! Perfekt! Die Toilette ist perfekt! Oh, los geht's, Süße! Wetter! Lass mich bitte meine Ruhe haben! Ich muss groß! Oh je, diese Toilette ist so alt! Und kalt! Ellie ist gefroren wie Eis! Hilfe! Äh, was ist passiert? Der Toilettensitz fühlt sich an wie Eis! Was können wir tun? Ah! Mein Lieblingsessen! Ich brauche den Pizzakarton! Ich brauche diesen leeren Karton nicht! Treffer! Schaut zu, wie ich diesen Pizzakarton in einen Toilettensitz verwandle! Perfekt! Jetzt versuche noch einmal darauf zu sitzen! Ich will mich nicht auf dieses fertige Ding setzen! Ich muss an etwas Warmes und Sauberes denken! Wie wäre es mit Socken? Ich habe eine Idee! Gut, dass meine Socken so dehnbar sind, dass sie auf den Toilettensitz passen! Wie wäre es denn jetzt? Es ist warm! Ellie will nichts von den Snacks! Und der Butler ist tollpatschig wie immer! Ich will sie nicht! Das ist schlecht! Butler, du musst dir etwas überlegen! Etwas Besonderes? Sieht aus, als hätte Ellie einen besonderen Wunsch! Ist das so? Also gut! Ist das ein Handwerker? Was hat er vor? Ich renoviere ein bisschen die Kütterstäbe des Gefängnisses! Geschafft! Tada! Es ist ein Gefängnisgitter aus Marshmallows! Wahnsinn! Mein Traum ist voll geworden! Juhu! Es gibt noch mehr! Ein Skalos-Bad! Ganz ruhig, Tiger! Du hast genug Bonbons für ein ganzes Leben! Ist das ein Riesen-Lutscher? Kein Wunder, dass Charlotte ihn haben will! Das sieht lecker aus! Mama, ich will einen Riesen-Lutscher! Lutscher? Mal sehen! Ich habe alle Bonbons aufgehessen, ich habe! Was werden sie jetzt tun? Wartet! Seht euch die Maus an! Wo gehst du hin, kleiner Freund? Gehst du an einen interessanten Ort? Ist das... Das sind Zuckerwürfel! Wow! Darf ich einen haben? Psst! Ich brauche die Streicher als Schattel des Kops! Er sieht sowieso beschäftigt aus! Mal sehen, was Mama vorhat! Ich werde grüne Lebensmittelfarbe auf den Zuckerwürfel geben und ihn dann mit dem Streichholz erhitzen! Er schmilzt! Ich stecke einfach ein Holzstübchen hinein und voilà! Es ist ein Lutscher! Ich habe eine Überraschung für dich! Lutscher! Mh, lecker! Was für ein kreativer Tick!